So Leute, herzlich willkommen Prozessor-Worlden. Heute ein kleiner Tipp für alle, die schnell und auf ganz einfache Weise Kohle machen wollen. Und das Ganze funktioniert sehr gut auf PO, Port-O-Lisar, und zwar geht es hier Geschenke sammeln. Ich habe die letzte halbe Stunde über 15.000 Euro gemacht, über sie besser gesagt. Gut, lauft durch Port-O-Lisar und schaut in jeden Winkel. Ihr findet hier sehr schnell und sehr viele Geschenke. Ich habe bei der letzten Tour rund sechs Stück gefunden, das sind 6.000. So einfach könnt ihr euch das Geld und vor allen Dingen schnell nicht mal mit irgendeiner Mission verdienen. In jeden Winkel schauen. Ihr findet, da haben wir schon das erste. Immer auf Stow, einlagern und dann geht es weiter. So kann man wirklich ganz einfach Kohle machen. Und wenn ihr das ganze Port-O-Lisar quasi abgesucht habt, dann geht es hier raus ins Hauptmenü und geht es wieder rein. Und so könntest du das die ganze Zeit machen. Ihr findet bestimmt immer drei bis vier Stück. Es sei denn, es hat vor euch schon irgendwer die Idee gehabt, dass ihr hier alles abgrast. Ah, Watzner, wir finden auf jeden Fall noch eins. Überall hinten schauen oder drunter schauen. Unter den Bänken links auch recht gerne. Jetzt haben wir wahrscheinlich einen Vorführeffekt, dass wir keines mehr finden. Alles absuchen. Licht einschalten. Wie gesagt, ihr könnt nicht einfacher Kohle machen. Glaubt es mir das? Ich habe da heute, momentan mache ich den ganzen Tag nichts anderes, als dass ich die ganze Zeit hin und her renne. Die Lüstung, die ich anhab, die haben wir nur mit Geschenken finanziert. Das geht also sehr, sehr einfach. Wie liebe ich meinen Global Jet. Zwischen den Automatenschauern, überall genau reinschauen. Nichts auslassen. Und überall halten sich diese kleinen Geschenke versteckt. Die Ecken. Da war wahrscheinlich schon einer vor mir. Auf dem Server. Aber das ist überhaupt kein Problem. Da waren wir schon. So, das ist kein Problem nicht. Wir machen jetzt jetzt einmal. Wir verkaufen jetzt ein Geschenk. Wenn ihr es gestort habt, geht es einfach rein in diese Trading & Chip Konsole. Geht es natürlich auf Sell. Personal Inventory und hier Luminalia GIF. Zack. Got it und sieh da. Zack. 20.000. Also beziehungsweise 1.000 haben wir gemacht. Und jetzt, wenn ihr die Spot alles abgesucht habt, dann geht es das einfaches. Stopp, das war nicht. Geht es hier Exit to Menu. Ich mache jetzt hier mal einen kurzen Cut rein für euch. Dass ihr nicht so lange warten müsst. So, und dann sind wir schon wieder da in unserem Bettchen wach geworden. Und dann gehen wir noch einmal durch, durch Port Olisar. Und ich kann euch nur empfehlen, solange es diese Geschenkeaktion noch gibt, wäre man blöd, wenn man sie verschenkt oder liegen lässt. Also nicht einfach hirnlos und blind durch PO durchlaufen oder durch jede andere Station, sondern einfach Augen ein bisschen aufmachen, überall hinter schauen, überall dazwischen schauen. Denn so einfach könnt ihr hier kein Geld verdienen, wie mit einem Geschenkeverkauf. Licht an. Ich glaube, ich habe davor die ganzen Server schon abgegrast. Ich habe wirklich ein, ah, da liegt schon das Erste. So, die können wir jetzt hier inspizieren. Schauen wir mal das Licht aus. Und dann das Ganze einfach stone. Das heißt, ihr packt es in euren Anzug rein. Dann schauen wir noch weiter. Jetzt sehen wir aber jetzt innerhalb kürzeste Zeit, 2000, die wir sie gemacht. Und das völlig ohne Aufwand, einfach ein bisschen aus Gag, hier auf PO rumlaufen und ein bisschen umeinander suchen. Das ist weg. Da liegt da wieder eins. Zack, Schatz, ja. Zack, und stone. 2000. Einfach so ganz schnell. Ohne irgendeinen großen Aufwand. Und so kann man den ganzen Samstag Nachmittag oder Sonntag verbringen, indem man nochmal ein zweites Mal die Bescherung, die Weihnachtsbescherung macht und Geschenke sucht. Und da liegt das Dritte. Das ganze Stone. Zack. So, und alle guten Dinge sind vier. Finden wir noch eins, aber finden wir keins mehr. Ja, dann höre ich auf. Es soll nur ein kleines Informationsvideo sein. Ein kleiner Tipp. Wenn ihr mal wirklich richtig abgebrannt seid und überhaupt kein Geld mehr habt und zufälligerweise gerade auf PO unterwegs seid, wird es dann schnell oder einfach ein bisschen Kohle kommt. Schauen wir nochmal da hoch. Hinter die Apferle immer hinter. Das ist eine alte Essensschachtel. Meistens liegen sie auch unter die Bänke rum. Einfach da genau schauen. Da ist jetzt aber nichts mehr. Aber ihr habt selber gesehen, wie schnell und wie leicht, dass man hier Geschenke findet auf Port Olisar. Und das ist wirklich sehr einfach verdientes Geld. Da muss man nicht viel machen, außer ein bisschen schauen. Man muss es nicht explizit da umeinander rumpeln, so wie ich gerade mache. Sondern es reicht da, wenn wir eben vorbeigehen. Ein bisschen schaut, wenn man gerade zu seinem Schiff läuft oder so. Weil ich glaube, Geld, was auf der Straße liegt, wie in dem Sinn. Das kommt ja jeder Brauer. Das sagt ja keiner nein. Da waren wir schon, oder? Ja, da waren wir schon. Okay, das reicht jetzt. Jetzt vertickt man diese Geschenke noch. Drei Stück, das sind auch wieder 3.000. So. Ich habe davon 25.000 gehabt. Ich habe mal für, glaube ich, 10.000 oder 11.000 oder mehr Rüstung gekauft. Und zick und zack und schuh haben wir schon wieder. Auf 23.702 EUC. Okay, Leute. In dem Sinne, kleiner Tipp an euch. Wenn ihr mal wirklich keine Kohle mehr habt, geht's Geschenke suchen. So lange besser geht. Ciao, bis zum nächsten Mal.